was geht ab leute und herzlich willkommen zu einem erneuten video auf diesem kanal wie ihr mitbekommen habt ich werde den kanal verlassen nachfolge von mir schon gibt hier was wir heute machen freunde rotzember ist am rotzember sag einmal rotzember bitte das ist eine ehre für uns dass du hier auch dabei bist im rotzember wir machen was neues ok wir probieren ich probiere wir packen heute koffer weil ich ziehe aus ich habe keinen koffer die koffer ich sage euch dieses das kennt ihr auf jeden fall von der kohle nach jedes mal wir saßen an einem kreis mit den schülern warum habe ich hier ein linear liegen damit ich messe wie viel abstand wir haben oder was junge denn ich bin wieder malik wurde da alles gut ja ich mache nicht wie man es ganz wie früher wenn jemand was vergisst finger kann ich mich selber anzeigen kann ich selber schmerz ich muss an sich selber zahlen du schuld ist mir schon was ich habe doch gemacht bis hier noch drei zwei 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 drei zwei drei drei zwei drei vier sprachen oder die zug ich meine ich nehme ich gar nicht ernst die spasselüge um ein interesse eingeblendet der insta ist neben mir eingeblendet den sein insta ist neben uns eingeblendet und umares seins als letztes und die jungs natürlich auch unten nicht verlinkt auf jeden fall rotzember geht los tag 20 ich packe meinen koffer ich packe meinen koffer ein ich packe meinen koffer nehme ich packe den koffer nehme den koffer und verkauf ich packe meinen koffer und nehme socken mit so haben wir unter die ich packe ne ich packe meine koffer eine mini socke mit nein socken ich habe socken gesagt das mini socken gesagt ich habe socken okay ich packe meinen koffer einen socke mit und baseballschläger ich packe in meinen koffer eine socke mit einem baseballschläger mit und einen blauen baseballschläger mit das spiel kann man nicht und dieses Spiel Schläger mit ich packe mein koffer und nehme den sobel mit einem baseballschläger und einen blauen baseballschläger und einhör einhör n Bitte bitte ein Einhorn und Bär ein. Funktioniert. Ein Einhorn Bär. Ein Einhorn Kuscheltier. Ein Einhorn Kuscheltier und es bleibt doch so. Ich pack inshallah meinen Koffer und verpiss mich von hier immer. Pack in meinen Koffer einen Socke, einen Baseballschläger, einen blauen Baseballschläger. Ganz wichtig, die Einhorn Kuscheltier. Und ich pack Taschenmesser. Plastik Taschenmesser, damit Kinderfreude geht. Ich gehe in den Urlaub, pack eine Socke mit, einen Baseballschläger mit, einen blauen Baseballschläger mit. Ein Einhorn Kuscheltier, ein Plastikmesser und ein integriertes iPhone-System. Was laberst du? Das ergibt keinen Sinn. Du arbeitest bei NSA oder so. Bist du Hacker oder was? Sag was Sinn macht. Interagiertes iPhone-System. Ein Gegenstand. Du weißt schon, dass sie nur Gegenstände nehmen. Interagiertes iPhone. iPhone einfach. Ich packe meinen Koffer und nehme mit einer Socke, einen Baseballschläger, einen blauen Baseballschläger. Ähm. Ein Kuscheltier. Ein Einhorn Kuscheltier. Ein Plastikmesser. Und ein iPhone. Und einen Blumenstrauß. Ja. Ich packe. Ich packe meinen Koffer. Also. Warte, wenn du etwas Falsches sagst. 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 Direkt hier. Nein. Patsche. 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 Ich schau. Wallah. Ich so Nachfrisse. Ich bin mit Nachfrissem. Die lenken mich ab. Ich weiß nicht mehr was ich so gesagt hab. Ich packen Socke mit. Baseballschläger. Einen blauen Baseballschläger. Ein Kuscheltier. Ein Kuscheltier. Ein Plastikmesser. Ein iPhone. Und einen Blumenstrauss. Und weißt du was ich noch mit einpack? Ich hab komplett vergessen hab. Salbe. Ich gehe in den Urlaub und packe eine Socke mit, ein Baseballschläger, ein blauer Baseballschläger. Das Spiel ist so gefährlich, Wallah. Das richtig nachdenken. Halt ein, wenn du etwas Falsches sagst. Ja, ein, äh... Oh, schick, wieso bist du ein Schrank? Ein Einhandkoschettier, ein Plastikmesser, ein iPhone, ein Blumenstrauß und eine Salbe. Leute, was ich noch einpacke, ist natürlich mein Totenkopfschirr. Ist das Totenkopfschirr? Ich packe meinen Koffer und nehme mit einer Socke, einen Baseballschläger, einen blauen Baseballschläger, einen blauen Baseballschläger, aber ich checke das jetzt, aber gut. Du hast es geklaut. Hallo. Hörst du das auch? Ich höre, ich höre auch. Ich mache nochmal. Ich packe meinen Koffer und nehme eine Socke mit, einen Baseballschläger, einen blauen Baseballschläger, ein Kuscheltier, ein Horn, ein Kuscheltier, ein Plastikmesser. Mit Kulsch, nein? Mit Kulsch. Ich will dir Ihre Fressepullig. Was war das? Ein iPhone, ein iPhone, ein Blumenstrauß, eine Salbe und sein Kopftisch, sein Totenkopftisch. Nein, warte, ich wollte das so die Fressepullig. Und was nimmst du mit? Nimmst du gar nichts mit? Mit der Kamera. Achso. Und ich nehme noch ein Ringlicht mit. Müssen wir hintereinander rollen, eine Socke, einen blauen Baseballschläger, nein, warte, ich will nicht, 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 aber ich will nicht weiter machen. Liedeck. Nein, Dursten, nein, ah, nein. Ich will nicht weiter machen. Ja, ich will nicht weiter machen. Eie, weiter. Einen Baseballschläger, einen blauen Baseballschläger, ein Kuscheltier, ein Plastikmesser, ich nehme auch noch mit ein iPhone, ein Blumenstrauß, eine Salbe und ein Totenkopftisch. Und noch ein Ringlicht. Oh. Und wisst ihr, was ich mir noch mitnehme? Einen Klappstuhl. So, ich gehe in den Urlaub, ich nehme eine Socke mit, einen Baseballschläger, einen blauen Baseballschläger, ein Einwillkuscheltier, eine Salbe, ein iPhone, ein, äh, ein, 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 ein Ringlicht. Ähm, ähm, was war das jetzt gerade nochmal? Was war das? Klappstuhl. Scheiße. Klappstuhl, Digga. Ich nehme ein, ein Home-Souvenir. Boah, der war stark, der war stark. Home-Souvenir. Da wo Home steht. Junge. Ich packe meinen Koffer und nehme. Ich betäube meine Sehne, Sehne, käppe noch nen Shakey gegen mein Beehle, Beehle. Äh, einen Baseballschläger, einen blauen Baseballschläger, ein Einhornkuscheltier. Komm, was hat das? Bist du? Oh, oh, oh. Ich mach, unlachlich mach. Krank-Blackout, ge? Eine Salbe. Nein. Komm, ich bin ein Mädchen, komm, ich bin ein Mädchen, okay? Ja, deswegen machst du so. Ich bin eine Frau. Ich bin ein Mädchen. Ich bin ein Mädchen. Ich rück den Schmerz. Dicke, ich habe geheult. Schau, mein Knochen ist immer rot. Du hast meinen Knochen getrunken. Du hast mich geheult. Irgendwann ist lustig. Das ist das Sack. Alter, geh mal weg, Bruder. Aber warte, du musst weiter machen. Klappmesser machst du. Ich nehme auf jeden Fall dein, ich füge hinzu. Ich nehme. Warte, warte, du musst weiter machen. Du hast neun Sachen übersprungen. Sie macht eigene Regeln. Ey, Plastiktaschenmesser oder was? Ein Messer? Einfach. Blumenstrauß, eine Salbe, dein T-Shirt, Totenkopf T-Shirt. Ich habe dann genommen, was? Weiter, 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 weiter. Ich penne hier ein. Ich habe vergessen, was ich genommen habe. Zehn, ich weiß es. Neun, ich auch. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Wir lassen nur das Ringlicht, genau. Ringlicht? Nein! Äh, äh, das muss man nicht sagen. Gibt's noch? Halt still, damit ich nicht den Tisch halbiere. Bruder, das ist selbst so ein Mensch. Die ist immer so am Meditieren zwölf Stunden. Die ist immer im Zimmer. Die ist immer im Zimmer mit diesen Dings. Mit diesen Galaxie-Dings. Licht. Licht. Und ich immer, wenn ich reinkomme. Hoppcha. Hoppcha. Aber bis der Nachbarn, das war noch ein Fleck. Hoppcha. Das ist so eine, die halbiert so Backsteine zu Hause. Die hat immer so acht Backsteine und macht so. Hoppcha. Oh Mann, dann habe ich keinen Bock mehr. Hoppcha. Ich packe mein Koffer und nimm. Ich packe mein Koffer. Und nimm. Ich packe mein Koffer und nimm. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 5. Wenn ihr Bock habt, dass wir hier einen Idiotentest mit meiner Schwester machen. Nur hier, die alleine beantwortet die Fragen. Dann lasst ein Like da. Schallert einen Kommentar unter die Kommentare. In den Kommentaren. Folgt dem auf Insta. Folgt der hier auf Insta. Folgt mir auf Insta. Freunde, das war's mit dem Video. Rotzember. Sag Rotzember. 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 Sag Rotzember. Ich bin rotzember. Ich bin rotzember. Ey, Rotzember. Rotzember. Muss sagen. Rotzember. So, bis mal er geht nicht zu Rotzember. 3. 2. 1. Bis mal er geht nicht zu Rotzember. Komm mit. Scheiß mal. Geh mal weg, du scheiße Rotzember. Jetzt ist auch wortwörtlich der Rotzember am Start. Das war frisch.